Ein Enzym, früher Ferment, lateinisch Fermentum, ist ein Stoff, der eine oder mehrere biochemische Reaktionen katalysieren kann. Fast alle Enzyme sind Proteine. Die Ausnahme bildet katalytisch aktive RNA, wie zum Beispiel SNRNA. Enzyme haben wichtige Funktionen im Stoffwechsel von Organismen. Sie steuern den überwiegenden Teil biochemischer Reaktionen, von der Verdauung bis hin zur Transkription. Vor 1878 benutzte man den im deutschen Sprachraum im 15. Jahrhundert aus dem lateinischen Fermentum entstandenen Ausdruck Ferment. Er bedeutet Gärungsmittel oder Sauerteig und wurde auch für Fermenter, Fermentationen und abgeleitete Begriffe verwendet. 1833 wurde von Eilhard mit Scherlich, der Begriff Ferment, im Zusammenhang mit einem Stoff, der bei einer Reaktion nicht verwandelt wird, aber zum Kontakt für eine Reaktion erforderlich ist, gebraucht. 1878 führte Wilhelm Friedrich Kühne das heutige neoklassische griechische Kunstwort Enzymen, Enzymon ein, abgeleitet von En, In und Zyme, welches ebenfalls der Sauerteig oder die Hefe bedeutet. Der Begriff hielt dann Einzug in die internationale Wissenschaft und ist nun auch Bestandteil der neugriechischen Sprache. Nomenklatur und Klassifikation nach IU-PAC und IU-BMB Nomenklatur Die IU-PAC und die International Union of Biochemistry haben zusammen eine Nomenklatur der Enzyme erarbeitet, die diese homogene und zahlreiche Vertreter enthaltene Gruppe der Moleküle klassifiziert. Hierzu erarbeitete die IU-PAC Prinzipien der Nomenklatur. Enzymnamen enden auf Ase, wenn es sich nicht um mehrere Enzyme in einem System handelt. Beispiel Hydrolase Der Enzymname soll erklärend sein, also die Reaktion, die das Enzym katalysiert, beschreiben. Beispiel Cholinesterase, ein Enzym, das die Estergruppe im Cholin-Molekül hydrolysiert. Der Enzymname soll seine Klassifikation enthalten. Beispiel Cholinesterase. Außerdem wurde ein Codesystem, das IC-Nummern-System, entwickelt, in dem die Enzyme unter einem Zahlencode aus vier Zahlen eingeteilt werden. Die erste Zahl bezeichnet eine der sechs Enzymklassen. Listen aller erfassten Enzyme gewährleisten ein schnelles Aufwinden des angegebenen Enzymcodes, zum Beispiel bei Brenda. Zwar orientieren sich die Codes an Eigenschaften der Reaktion, die das Enzym katalysiert. In der Praxis erweisen sich Zahlencodes jedoch als unhandlich. Häufiger gebraucht werden systematische, nach den oben genannten Regeln konzipierte Namen. Probleme der Nomenklatur ergeben sich etwa bei Enzymen, die mehrere Reaktionen katalysieren. Für sie existieren deshalb manchmal mehrere Namen. Einige Enzyme tragen Trivialnamen, die nicht erkennen lassen, dass es sich bei der genannten Substanz um Enzyme handelt. Da die Namen traditionell eine breite Verwendung fanden, wurden sie teilweise beibehalten. Beispiele die Verdauungsenzyme Trypsin und Pepsin des Menschen. Klassifikation Enzyme werden entsprechend der von ihnen katalysierten Reaktionen in sechs Enzymklassen eingeteilt. EC1 Oxidoredoktasen, die Redoxreaktionen katalysieren. EC2 Transferasen Die funktionelle Gruppen von einem Substrat auf ein anderes übertragen. EC3 Hydrolasen Die Bindungen unter Einsatz von Wasserspalten. EC4 Liasen Die die Spaltung oder Synthese komplexer Produkte aus einfachen Substraten katalysieren, allerdings ohne Verbrauch von Adenosintrifosphat. EC5 Isomerasen Die die Umwandlung von chemischen Isomeren beschleunigen. EC6 Ligasen oder Synthetasen Die Additionsreaktionen mithilfe von ATP katalysieren. Eine Umkehrreaktion, Spaltung, ist meist energetisch ungünstig und findet nicht statt. Manche Enzyme sind in der Lage, mehrere, zum Teil sehr unterschiedliche Reaktionen zu katalysieren. Ist dies der Fall, werden sie mehreren Enzymklassen zugerechnet. Aufbau Enzyme lassen sich anhand ihres Aufbaus unterscheiden. Während viele Enzyme aus nur einer Proteinkette bestehen, sogenannte Monomere, bestehen andere Enzyme, die Oligomere, aus mehreren Untereinheiten Proteinketten. Einige Enzyme lagen sich mit weiteren Enzymen zu sogenannten Multi-Enzym-Komplexen zusammen und kooperieren oder regulieren sich gegenseitig. Umgekehrt gibt es auch einzelne Proteinketten, welche mehrere verschiedene Enzymaktivitäten ausüben können. Multifunktionelle Enzyme. Eine weitere mögliche Einteilung hinsichtlich ihres Aufbaus berücksichtigt das Vorhandensein von Kofaktoren. Reine Proteinenzyme bestehen ausschließlich aus Proteinen. Das aktive Zentrum wird nur aus Aminosäure-Estern und im Peptidrückgrat gebildet. Zu dieser Gruppe gehören beispielsweise das Verdauungsenzym Chymotrypsin oder die Triosephosphatisomerase, TIM, der Glykolyse. Holoenzyme, von altgriechisch holos ganz, vollständig und Enzym, bestehen aus einem Proteinanteil, dem Apoenzym, sowie aus einem Kofaktor, einem niedermolekularen Molekül, kein Protein. Beide zusammen sind für die Funktion des Enzymes wichtig. Organische Moleküle als Kofaktoren werden Kohenzyme genannt. Sind sie kovalent an das Apoenzym gebunden, nennt man sie prostetische Gruppen. Andernfalls auch zutreffender Chorsubstrat, da sie in äquivalenten Mengen bei der enzymatischen Reaktion mit dem Substrat umgesetzt werden. Chorsubstrate sind zum Beispiel Adenosintrifosphat, ATP, und Nikotinamidadenindinukleotid, NAD. ATP wird oft als Energiequelle für die Reaktion genutzt von Proteingenasen. NAD wird von Enzymen wie der Alkohol, der Hydrogenase, als Elektronenakzeptor verwendet. Benötigt ein Enzym Metallion, Eisen, Zink oder Kupferion, spricht man von einem Metalloenzym. Die Lipoxygenase zum Beispiel enthält Eisen und die Carboanhydrase enthält Zink. Funktion Als Biokatalysatoren beschleunigen Enzyme biochemische Reaktionen, indem sie die Aktivierungsenergie herabsetzen, die überwunden werden muss, damit es zu einer Stoffumsetzung kommt. Theoretisch ist eine enzymatische Umsetzung reversibel. Das heißt, die Produkte können wieder in die Ausgangsstoffe umgewandelt werden. Die Ausgangsstoffe, Edukte, eine Enzymereaktion, die Substrate, werden im sogenannten aktiven Zentrum des Enzyms gebunden. Es bildet sich ein Enzymsubstratkomplex. Das Enzym ermöglicht nun die Umwandlung der Substrate in die Reaktionsprodukte, die anschließend aus dem Komplex freigesetzt werden. Wie alle Katalysatoren liegt das Enzym nach der Reaktion wieder in der Ausgangsform vor. Enzyme zeichnen sich durch hohe Substrat- und Reaktionsspezifität aus. Unter zahlreichen Stoffen wählen sie nur die passenden Substrate aus und katalysieren genau eine von vielen denkbaren Reaktionen. Energetische Grundlagen der Katalyse Die meisten biochemischen Reaktionen würden ohne Enzyme in den Lebewesen nur mit vernachlässigbarer Geschwindigkeit ablaufen. Wie bei jeder spontan ablaufenden Reaktion muss die freie Reaktionsentalpie Delta G negativ sein. Das Enzym beschleunigt die Einstellung des chemischen Gewichts, ohne es zu verändern. Die katalytische Wirksamkeit eines Enzymes beruht einzig auf seiner Fähigkeit, in einer chemischen Reaktion die Aktivierungsenergie Delta G' zu senken. Das ist der Energiebetrag, der zunächst investiert werden muss, um die Reaktion in Gang zu setzen. Während dieser wird das Substrat zunehmend verändert. Es nimmt einen energetisch ungünstigen Übergangszustand ein. Die Aktivierungsenergie ist nun der Energiebetrag, der benötigt wird, um das Substrat in den Übergangszustand zu zwingen. Hier setzt die katalytische Wirkung des Enzymes an. Durch nicht-kovalente Wechselwirkungen mit dem Übergangszustand stabilisiert es diesen, sodass weniger Energie benötigt wird, um das Substrat in den Übergangszustand zu bringen. Das Substrat kann wesentlich schneller in das Reaktionsprodukt umgewandelt werden, da ihm gewissermaßen ein Weg geebnet wird. Das aktive Zentrum Strukturelle Grundlage für Katalyse und Spezifität Für die katalytische Wirksamkeit eines Enzymes ist das aktive Zentrum, katalytisches Zentrum, verantwortlich. An dieser Stelle bindet es das Substrat und wird danach aktiv umgewandelt. Das aktive Zentrum besteht aus gefalteten Teilen der Polypeptid-Kette oder reaktiven Nicht-Eiweißanteilen, Kofaktoren, prostetische Gruppen, des Enzymmoleküls und bedingt eine Spezifität der enzymatischen Katalyse. Diese Spezifität beruht auf der Komplementarität der Raumstruktur und der oberflächlich möglichen Wechselwirkungen zwischen Enzym und Substrat. Es kommt zur Bildung eines Enzym-Substratkomplexes. Die Raumstruktur des aktiven Zentrums bewirkt, dass nur ein strukturell passendes Substrat gebunden werden kann. Veranschaulichend passt ein bestimmtes Substrat zum entsprechenden Enzym wie ein Schlüssel in das passende Schloss, Schlüssel-Schloss-Prinzip. Dies ist der Grund für die hohe Substrat-Spezifität von Enzymen. Neben dem Schlüssel-Schloss-Modell existiert das nicht starre Induced-Fit-Model. Da Enzyme flexible Strukturen sind, kann das aktive Zentrum durch Interaktion mit dem Substrat neu geformt werden. Bereits kleine strukturelle Unterschiede in Raumstruktur oder Ladungsverteilung des Enzyms können dazu führen, dass einem dem Substrat ähnlicher Stoff nicht mehr als Substrat erkannt wird. Glucokinase beispielsweise akzeptiert Glucose als Substrat, die verwandte Galaktose jedoch nicht. Enzyme können verschiedenbreite Substratspezifität haben. So bauen Alkoholdehydrogenasen neben Ethanol auch andere Alkohole ab und Hexokinase 4 akzeptiert neben der Glucose auch andere Hexosen als Substrat. Die Erkennung und Bindung des Substrats gelingt durch nicht-kovalente Wechselwirkungen, Wasserstoffbrücken, elektrostatische Wechselwirkungen oder hydrophobe Effekte zwischen Teilen des Enzyms und des Substrats. Die Bindung des Enzyms muss stark genug sein, um das oft gering konzentrierte Substrat, mikro- bis millimolare Konzentrationen, zu binden. Sie darf jedoch nicht zu stark sein, da die Reaktion nicht mit der Bindung des Substrats endet. Wichtig ist eine noch stärkere Bindung des Übergangszustandes, der Reaktion und damit dessen Stabilisierung. Nicht selten nehmen zwei Substrate an einer Reaktion teil. Das Enzym muss dann die richtige Orientierung der Reaktionspartner zueinander garantieren. Diese letzteren mechanischen Eigenheiten einer enzymatischen Reaktion sind die Grundlage der Wirkungsspezifität eines Enzyms. Es katalysiert immer nur eine von vielen denkbaren Reaktionen der Substrate. Obwohl die Mechanismen enzymatischer Reaktionen im Detail vielgestaltig sind, nutzen Enzyme in der Regel eine oder mehrere der folgenden katalytischen Mechanismen. Bevorzugte Bindung des Übergangszustandes Die Bindung des Übergangszustandes ist stärker als die Bindung der Substrate und Produkte. Daraus resultiert eine Stabilisierung des Übergangszustandes. Orientierung und Annäherung von Substraten Die Bindung zweier Substrate in der passenden Orientierung und Konformation kann die Reaktionsgeschwindigkeit erheblich erhöhen, da die reaktiven Gruppen der Moleküle in die richtige Lage zueinander kommen und für die Reaktion günstige Konformationen der Moleküle stabilisiert werden. Allgemeine Säure-Basen-Katalyse Aminosäure-Reste, beispielsweise von Histidin, reagieren als Säure oder Base, indem sie während einer Reaktion Protonen, H-Plus-Ionen, aufnehmen oder abgeben. Kovalente Katalyse Aminosäure-Reste oder Co-Enzyme gehen kovalente Bindungen mit einem Substrat ein und bilden ein kurzlebiges Zwischenprodukt. In der Regel sind bei solchen Reaktionen nukleophile Aminosäure-Seitenketten, beispielsweise Lisin-Seitenketten mit Aminogruppe oder Co-Enzyme wie Pyridoxalphosphat, beteiligt. Metall-Ionen-Katalyse Metall-Ionen können als strukturstabilisierende Koordinationszentren, Redox-Partner, oft Eisen- oder Kupfer-Ionen oder als Lewis-Säuren, häufig Zink-Ionen, die Katalyse unterstützen. Sie können negative Ladungen stabilisieren bzw. abschirmen oder Wassermoleküle aktivieren. Enzym-Kinetik Siehe auch Hauptartikel Enzym-Kinetik Die Enzym-Kinetik beschäftigt sich mit dem zeitlichen Verlauf enzymatischer Reaktionen. Eine zentrale Größe hierbei ist die Reaktionsgeschwindigkeit. Sie ist ein Maß für die Änderung der Substratkonzentration mit der Zeit, also für die Stoffmenge Substrat, die in einem bestimmten Reaktionsvolumen pro Zeiteinheit umgesetzt wird. Einheit mol durch L mal S Neben den Reaktionsbedingungen wie Temperatur, Salzkonzentration und pH-Wettelösung hängt sich von den Konzentrationen des Enzyms, der Substrate und Produkte sowie den Affektoren, Aktivatoren oder Inhibitoren ab. Im Zusammenhang mit der Reaktionsgeschwindigkeit steht die Enzymaktivität. Sie gibt an, wie viel aktives Enzym sich in einer Enzympräparation befindet. Die Einheiten der Enzymaktivität sind Unit U und Katal Kat, wobei ein U definiert ist als diejenige Menge Enzym, welche unter angegebenen Bedingungen ein Mikromol-Substrat pro Minute umsetzt. Ein U gleich ein Mikromol pro Minute. Katal wird selten benutzt, ist jedoch die SI-Einheit der Enzymaktivität. Ein Kat gleich ein Mol durch S. Eine weitere wichtige Messgröße bei Enzymen ist die spezifische Aktivität. Aktivität pro Masseneinheit, U pro Milligramm. Darin kann man sehen, wie viel von dem gesamten Protein in der Lösung wirklich das gesuchte Enzym ist. Die gemessene Enzymaktivität ist proportional zur Reaktionsgeschwindigkeit und damit stark von den Reaktionsbedingungen abhängig. Sie steigt mit der Temperatur entsprechend der RGT-Regel an. Eine Erhöhung der Temperatur um ca. 5 bis 10 Grad Celsius führt zu einer Verdopplung der Reaktionsgeschwindigkeit und damit auch der Aktivität. Dies gilt jedoch nur für einen begrenzten Temperaturbereich. Bei Überschreiten einer optimalen Temperatur kommt es zu einem steilen Abfallen der Aktivität durch Denaturierung des Enzyms. Änderungen im pH-Wert der Lösung haben oft dramatische Effekte auf die Enzymaktivität, da dieser die Ladung einzelner für die Katalyse wichtiger Aminosäuren im Enzym beeinflussen kann. Jenseits des pH-Optimums vermindert sich die Enzymaktivität und kommt irgendwann zum Erliegen. Ähnliches gilt für die Salzkonzentration bzw. die Ionenstärke in der Umgebung. Michaelis-Menten-Theorie Siehe auch Hauptartikel Michaelis-Menten-Theorie Ein Modell zur kinetischen Beschreibung einfacher Enzymreaktionen ist die Michaelis-Menten-Theorie, MM-Theorie. Sie liefert einen Zusammenhang zwischen der Reaktionsgeschwindigkeit V, einer Enzymreaktion, sowie der Enzym- und Substratkonzentration I0 und S. Grundlage ist die Annahme, dass ein Enzym mit einem Substratmolekül einen Enzymsubstratkomplex bildet und diese entweder im Enzym und Produkt oder in seine Ausgangsbestandteile zerfällt. Was schneller passiert, hängt von den jeweiligen Geschwindigkeitskonstanten K ab. Das Modell besagt, dass mit steigender Substratkonzentration auch die Reaktionsgeschwindigkeit steigt. Das geschieht anfangs linear und flacht dann ab. Bis eine weitere Steigerung der Substratkonzentrationen kein Einfluss mehr auf die Geschwindigkeit des Enzyms hat, da dieses bereits mit Maximalgeschwindigkeit Vmax arbeitet. Die MM-Gleichung lautet wie folgt. V ist gleich KKat E0 S0 geteilt durch Km plus S0. Die Parameter Km, Michaeliskonstante, und KKat, Wechselzahl, sind geeignet, Enzyme kinetisch zu charakterisieren, das heißt, Aussagen über ihre katalytische Effizienz zu treffen. Ist Km beispielsweise sehr niedrig, heißt das, das Enzym erreicht schon bei niedriger Substratkonzentration seine Maximalgeschwindigkeit und arbeitet damit sehr effizient. Bei geringen Substratkonzentrationen ist die Spezifitätskonstante KKat, Km, ein geeigneteres Maß für die katalytische Effizienz. Erreicht sie Werte von mehr als 10 hoch 8 bis 10 hoch 9, m hoch minus 1, s hoch minus 1, wird die Reaktionsgeschwindigkeit nur noch durch die Diffusion der Substrat- und Enzymmoleküle begrenzt. Jeder zufällige Kontakt von Enzym und Substrat führt zu einer Reaktion. Enzyme, die eine solche Effizienz erreichen, nennt man katalytisch perfekt. Kooperativität und Allosterie. Siehe auch, Hauptartikel, Kooperativität. Einige Enzyme zeigen nicht die hyperbolische Sättigungskurve, wie sie die Michaelis-Menten-Theorie vorhersagt, sondern ein sigmoides Sättigungsverhalten. So etwas wurde erstmals bei Bindeproteinen wie dem Hämoglobin beschrieben und wird als positive Kooperativität mehrerer Bindungsstellen gedeutet. Die Bindung eines Liganten, Substratmolekül, beeinflusst weitere Bindungsstellen im gleichen Enzym, oft aber in anderen Untereinheiten, in ihrer Affinität. Bei positiver Kooperativität hat ein Bindeprotein mit vielen freien Bindungsstellen eine schwächere Affinität als ein größtenteils besetztes Protein. Bindet derselbe Ligant an alle Bindungszentren, spricht man von einem homotropen Effekt. Die Kooperativität ist bei Enzymen eng mit der Allosterie verknüpft. Unter Allosterie versteht man das Vorhandensein weiterer Bindungsstellen, allosterischen Zentren, in einem Enzym, abgesehen vom aktiven Zentrum. Binden Effektoren, Nicht-Substratmoleküle, an allosterische Zentren liegt ein heterotroper Effekt vor. Die Allosterie ist zwar begrifflich von der Kooperativität zu unterscheiden, dennoch treten sie oft gemeinsam auf. Mehr Substratreaktionen Siehe auch, mehr Substratreaktionen Die bisherigen Überlegungen gelten nur für Reaktionen, an denen ein Substrat zu einem Produkt umgesetzt wird. Viele Enzyme katalysieren jedoch die Reaktion zweier oder mehrerer Substrate bzw. Kursubstrate. Ebenso können mehrere Produkte gebildet werden. Bei reversiblen Reaktionen ist die Unterscheidung zwischen Substrat und Produkt ohnehin relativ. Die Michaelis-Menten-Theorie gilt für eines von mehreren Substraten nur, wenn das Enzym mit den anderen Substraten gesättigt ist. Für mehr Substratreaktionen sind folgende Mechanismen vorstellbar. Sequentieller Mechanismus Die Substrate binden nacheinander an das Enzym. Haben alle Substrate gebunden, liegt ein zentraler Komplex vor. In diesem findet die Umwandlung der Substrate zu den Produkten statt, welche anschließend der Reihe nach aus dem Komplex entlassen werden. Man unterscheidet dabei zwischen Die Reihenfolge der Substratbindung ist zufällig. Die Reihenfolge der Bindung ist festgelegt. Ping-Pong-Mechanismus Die Bindung von Substrat und die Freisetzung von Produkt erfolgen abwechselnd. Erst bindet Substrat A an das Enzym und wird als erstes Produkt P abgespalten. Dabei wird das Enzym modifiziert. Dann wird das zweite Substrat B aufgenommen und reagiert zu einem zweiten Produkt Q. Das Enzym hat wieder seine Ausgangsgestalt. Enzymhemmung Siehe auch Hauptartikel Enzymhemmung Als Enzymhemmung, Inhibition, bezeichnet man die Herabsetzung der katalytischen Aktivität eines Enzyms durch ihren spezifischen Hemmstoff, Inhibitor. Grundlegend unterscheidet man die irreversible Hemmung, bei der ein Inhibitor eine unter physiologischen Bedingungen nicht umkehrbare Bindung mit dem Enzym eingeht, sowie Penicillin mit der D-Alanin-Transpeptitase. Von der reversiblen Hemmung, bei der der gebildete Enzym-Inhibitor-Komplex wieder in seine Bestandteile zerfallen kann. Bei der reversiblen Hemmung unterscheidet man wiederum zwischen Kompetitiver Hemmung Das Substrat konkurriert mit dem Inhibitor um die Bindung an das aktive Zentrum des Enzyms. Der Inhibitor ist aber nicht enzymatisch umsetzbar und stoppt dadurch die Enzymarbeit, indem er das aktive Zentrum blockiert. Allosterische Hemmung Auch nicht-kompetitive Hemmung Der Inhibitor bindet am allosterischen Zentrum und verändert dadurch die Konformation des aktiven Zentrums, sodass das Substrat dort nicht mehr binden kann. Unkompetitive Hemmung Der Inhibitor bindet an den Enzymsubstratkomplex und verhindert dadurch die katalytische Umsetzung des Substrates zum Produkt. Regulation und Kontrolle der Enzymaktivität im Organismus Enzyme wirken im lebenden Organismus in einem komplexen Geflecht von Stoffwechselwegen zusammen. Um sich schwankenden inneren und äußeren Bedingungen optimal anpassen zu können, ist eine feine Regulation und Kontrolle des Stoffwechsels und der zugrunde liegenden Enzyme nötig. Unter Regulation versteht man Vorgänge, die der Aufrechterhaltung stabiler innerer Bedingungen bei wechselnden Umweltbedingungen, Homöostase, dienen. Als Kontrolle bezeichnet man Veränderungen, die aufgrund von externen Signalen, beispielsweise durch Hormone, stattfinden. Es gibt schnelle kurzfristige, mittelfristige sowie langsame langfristige Regulations- und Kontrollvorgänge im Stoffwechsel. Kurzfristige Anpassung Schnelle Veränderungen der Enzymaktivität erfolgen als direkte Antwort der Enzyme auf veränderte Konzentrationen von Stoffwechselprodukten, wie Substrate, Produkte oder Effektoren, Aktivatoren und Inhibitoren. Enzymreaktionen, die nah am Gleichgewicht liegen, reagieren empfindlich auf Veränderungen der Substrat- und Produktkonzentrationen. Anhäufung von Substrat beschleunigt die Hinreaktion. Anhäufung von Produkt hemmt die Hinreaktion und fördert die Rückreaktion. Kompetitive Produkthemmung Allgemein wird aber den irreversiblen Enzymreaktionen eine größere Rolle bei der Stoffwechselregulation und Kontrolle zugeschrieben. Von großer Bedeutung ist die allosterische Modulation. Substrat- oder Effektomoleküle, die im Stoffwechsel anfallen, binden an allosterische Zentren des Enzyms und verändern seine katalytische Aktivität. Allosterische Enzyme bestehen aus mehreren Untereinheiten, entweder aus gleichen oder auch aus verschiedenen Proteinmolekülen. Die Bindung von Substrat- oder Hemmstoffmolekülen an eine Untereinheit führt zu Konformationsänderungen im gesamten Enzym, welche die Affinität der übrigen Bindungsstellen für das Substrat verändern. Eine Endprodukthemmung, Feedbackhemmung, entsteht, wenn das Produkt einer Reaktionskette auf das Enzym am Anfang dieser Kette allosterisch hemmend wirkt. Dadurch entsteht automatisch ein Regelkreis. Mittelfristige Anpassung Eine häufige Form der Stoffwechselkontrolle ist die kovalente Modifikation von Enzymen, besonders die Phosphorylierung. Wie durch einen molekularen Schalter kann das Enzym beispielsweise nach einem hormonellen Signal durch Phosphat übertragende Enzyme, Kinasen, ein- oder ausgeschaltet werden. Die Einführung einer negativ geladenen Phosphatgruppe zieht strukturelle Änderungen im Enzym nach sich und kann prinzipiell aktive als auch inaktive Konformationen begünstigen. Die Abspaltung der Phosphatgruppe durch Phosphatasen kehrt diesen Vorgang um, sodass eine flexible Anpassung des Stoffwechsels an wechselnde physiologische Anforderungen möglich ist. Langfristige Anpassung Als langfristige Reaktion auf geänderte Anforderungen an den Stoffwechsel werden Enzyme gezielt abgebaut oder neu gebildet. Die Neubildung von Enzymen wird über die Expression ihrer Gene gesteuert. Eine solche Art der genetischen Regulation bei Bakterien beschreibt das Operan-Modell von Jaco und Mono. Der kontrollierte Abbau von Enzymen in eukaryotischen Zellen kann durch Ubiquintinierung realisiert werden. Das Anheften von Polyubiquitinketten an Enzyme, katalysiert durch spezifische Ubiquitinligasen, markiert diese für den Abbau im Proteasom einem Müllschlucker der Zelle. Biologische Bedeutung Enzyme haben eine nicht zu unterschätzende biologische Bedeutung. Sie spielen die zentrale Rolle im Stoffwechsel aller lebenden Organismen. Nahezu jede biochemische Reaktion wird von Enzymen bewerkstelligt und kontrolliert. Bekannte Beispiele sind Glykolyse und Citratzyklus, Atmungskette und Photosynthese, Transkription und Translation sowie die DNA-Replikation. Enzyme wirken nicht nur als Katalysatoren, sie sind auch wichtige Regulations- und Kontrollpunkte im Stoffwechselgeschehen. Die Bedeutung der Enzyme beschränkt sich jedoch nicht auf den Stoffwechsel. Auch bei der Reizaufnahme und Weitergabe sind sie wichtig. An der Signaltransduktion, also der Vermittlung einer Information innerhalb einer Zelle, sind häufig Rezeptoren mit enzymatischer Funktion beteiligt. Auch Kinasen, wie die Tyrosinkinasen und Phosphatasen, spielen bei der Weitergabe von Signalen eine entscheidende Rolle. Die Aktivierung und Deaktivierung der Träger der Informationen, also der Hormone, geschehen durch Enzyme. Weiterhin sind Enzyme an der Verteidigung des eigenen Organismus beteiligt. So sind zum Beispiel diverse Enzyme wie die Serinproteasen des Komplementsystems Teil des unspezifischen Immunsystems des Menschen. Fehler in Enzymen können fatale Folgen haben. Durch solche Enzymdefekte ist die Aktivität eines Enzyms vermindert oder gar nicht mehr vorhanden. Manche Enzymdefekte werden genetisch vererbt. Das heißt, das Gen, das die Aminosäuresequenz des entsprechenden Enzyms kodiert, enthält eine oder mehrere Mutationen oder fehlt ganz. Beispiele für vererbbare Enzymdefekte sind die Phenylketonurie und Galactosämie. Geschichte, Verwendung und Auftreten im Alltag. Enzyme sind wertvolle Werkzeuge der Biotechnologie. Ihre Einsatzmöglichkeiten reichen von der Käseherstellung, Labferment, über die Enzymatik bis hin zur Gentechnik. Für bestimmte Anwendungen entwickeln Wissenschaftler heute gezielt leistungsfähigere Enzyme durch Protein-Engineering. Zudem konstruierte man eine neuartige Form katalytisch aktiver Proteine, die katalytischen Antikörper, die aufgrund ihrer Ähnlichkeit zu den Enzymen Abzyme genannt wurden. Auch Ribon-Nukleinsäuren, RNA, können katalytisch aktiv sein. Diese werden dann als Ribozüme bezeichnet. Enzyme werden unter anderem in der Industrie benötigt. Waschmitteln fügt man Lipasen, Fettspalten der Enzyme, Proteasen, Eiweißspalten der Enzyme und Amylasen, Stärkespalten der Enzyme, zur Erhöhung der Reinigungsleistung hinzu, weil diese Enzyme die entsprechenden Flecken zersetzen. Enzyme werden auch zur Herstellung einiger Medikamente und Insektenschutzmittel verwendet. Bei der Käseherstellung wirkt das Labferment mit, ein Enzym, das aus Kälbermägen gewonnen wurde. Viele Enzyme können heute mit Hilfe von gentechnisch veränderten Mikroorganismen hergestellt werden. Die in rohen Ananas, Kiwifrüchten und Papayas enthaltenen Enzyme verhindern das Erstarren von Tortengelantine. Ein unerwünschter Effekt, wenn man beispielsweise ein Obstkuchen, der rohe Stücke dieser Früchte enthält, mit einem festen Tortengelatinebelag überzogen werden soll. Das Weichbleiben des Übergusses tritt nicht bei der Verwendung von Früchten aus Konservendosen auf. Diese wurden pasteurisiert, wobei die Eiweiß abbauenden Enzyme deaktiviert wurden. Beim Schälen von Obst und Gemüse werden pflanzliche Zellen verletzt und in der Folge Enzyme freigesetzt. Dadurch kann das geschälte Gut, bei Äpfeln und Avocados gut ersichtlich, durch enzymatisch unterstützte Reaktionen von Flavonoiden oder anderen empfindlichen Inhaltsstoffen mit Luftsauerstoff braun werden. Ein Zusatz von Zitronensaft wirkt dabei als Gegenmittel. Die im Zitronensaft enthaltene Ascorbinsäure verhindert die Oxidation oder reduziert bereits oxidierte Verbindungen. Zusatz von Ascorbinsäure als Lebensmittelzusatzstoff In der Medizin spielen Enzyme eine wichtige Rolle. Viele Arzneimittel hemmen Enzyme oder verstärken ihre Wirkung, um eine Krankheit zu heilen. Prominentester Vertreter solcher Arzneistoffe ist wohl die Acetylsalicylsäure, die das Enzym Cyclooxygenase hemmt und somit unter anderem schmerzlindernd wirkt, siehe auch Protoplastenisolation. Enzyme in der Technik Die folgende Tabelle gibt einen Überblick über die Einsatzgebiete von Enzymen. Zur Herstellung, siehe Protein, Herstellung spezieller Proteine. Im Nachfolgenden hören Sie eine Tabelle. Zunächst folgt der technische Prozess, anschließend die beteiligten Enzyme und zum Schluss deren Wirkung. Stärkeverarbeitung Alpha-Amylase Glukoamylase Stärkehydrolyse Waschmittel Proteasen Lipasen Hydrolyse von Eiweißen Fetten Käseproduktion Proteasen Milchgerinnung Berennereiprodukte Alpha-Amylase Glukoamylase Stärkeverzuckerung Brauerei-Industrie Alpha-Amylase Glukoamylase Proteasen Maischprozess Fruchtsaftverarbeitung Pektinasen Alpha-Amylase Hydrolyse der Pektine bzw. von Stärke Backwarenherstellung Alpha-Amylase Proteasen Penthosanase Teilweise Hydrolyse von Mehl und Teiginhaltsstoffen Lederverarbeitung Proteasen Weichen in Haaren von Leder Textilindustrie Alpha-Amylase Stärkehydrolyse Entschlichten Bedeutung von Enzymen in der medizinischen Diagnostik Die Diagnostik verwendet Enzyme, um Krankheiten zu entdecken. In den Teststreifen für Diabetiker befindet sich zum Beispiel ein Enzymsystem, das unter Einwirkung von Blutzucker einen Stoff produziert, dessen Gehalt gemessen werden kann. So wird indirekt der Blutzuckerspiegel gemessen. Man nennt diese Vorgehensweise eine enzymatische Messung. Sie wird auch in medizinischen Laboratorien angewandt, zur Bestimmung von Glucose, Blutzucker oder Alkohol. Enzymatische Messungen sind relativ einfach und preisgünstig anzuwenden. Man macht sich dabei, die Substratspezifität von Enzymen zu Nutze. Es wird also der zu analysierenden Körperflüssigkeit ein Enzym zugesetzt, das das zu messende Substrat spezifisch umsetzen kann. An der entstandenen Menge von Reaktionsprodukten kann man dann ablesen, wie viel des Substrats in der Körperflüssigkeit vorhanden war. Im menschlichen Blut sind auch eine Reihe von Enzymen anhand ihrer Aktivität direkt messbar. Die im Blut zirkulierenden Enzyme entstammen teilweise spezifischen Organen. Es können daher anhand der Erniedrigung oder Erhöhung von Enzymaktivitäten im Blut Rückschlüsse auf Schädigungen bestimmter Organe gezogen werden. So kann eine Bauchspeicheldrüsenentzündung durch die stark erhöhte Aktivität der Lipase und der Pankreasamylase im Blut erkannt werden. Die wissenschaftliche Erforschung der Enzyme begann 1833, als der französische Chemiker Unselm Payen Diastase, das erste Enzym überhaupt, entdeckte. Einen weiteren Meilenstein stellen die Untersuchungen zur Enzymespezifität von Emil Fischer dar. Er postulierte, dass Enzyme und ihr Substrat sich wie ein Schloss und der passende Schlüssel verhalten. 1897 entdeckte Eduard Buchner anhand der alkoholischen Gärung, dass Enzyme auch ohne die lebende Zelle katalytisch wirken können. Anfang des 20. Jahrhunderts geschah sehr viel in der Enzymforschung. Der bedeutendste Wissenschaftler dieser Zeit war der deutsche Chemiker Otto Röhm. Er isolierte erstmals Enzyme und entwickelte Verfahren zur enzymatischen Ledergerbung, Fruchtsaftreinigung sowie eine Reihe diagnostischer Anwendungen. Leonor Michaelis und Momenten leisteten Pionierarbeit in der Erforschung der Enzymkinetik. Der Artikel Enzyme wurde von Luca Wolf mit dem Benutzernamen Lucioa am 19.03.2013 gesprochen. Eine unverbindliche Zusammenfassung der Lizenz Creative Commons Attribution Sharealike 3.0 unported kann unter creativecommons.org Ein Link auf den vollständigen Text der Lizenz findet sich dort. Der Text der GNU-Lizenz für freie Dokumentation kann unter www.gnu.org Eine Liste der Autoren und die Versionsgeschichte dieses Artikels können über den dortigen Link Versionsgeschichte abgerufen werden.